ja bonjour alle zusammen willkommen zu what of tanks ein game von 2010 bis heute sehr beliebt mit digga tv unter ION matrix links links oder rechts ION sehr gut ach die hat mir doch glaube ich vorhin schon ein sehr gar nicht aber die hatte ich dann mit patrick wo ich ihm folgen sollte ich lass rechts fahren aber nicht so weit nach vorne ich lass mich gucken wer das mitkommt auch standard B kommt mit, das ist gut und ein spotter, das ist echt nice guck mal was du machst, du schubst mich hier ja schubst hier nicht ganz ruhig hast du mit der 1 geschossen oder mit der 2 1 ok dann hat sich das noch 2.000 gekostet ne wisser finger würde ich sagen so wohin stellen komm hier wo ich stehe ja bin ich aber fahr ein bisschen weiter nach vorne ja so halt immer so fahren, dass du nicht durch das Gebüsch durchguckst ok ok also am Anfang kannst du ruhig so fahren, dass du durchgucken kannst, damit du was sehen kannst ja ja sobald da vorne aber einer aufgeht, musst du so weit nach hinten fahren, dass du den Busch nicht mehr also nicht mehr durchgucken kannst, du siehst nur noch diese Silhouette vom Panzer und dann erschießen weil sonst gehst du auf und dann schauen das Standard B macht keinen auf ok wir können vorrücken hätte ich nicht gedacht ist kein einziger diese Linie spielt, das heißt, da werden wahrscheinlich richtig viel auf der 1er sein und der Rest wird in der Mitte gammeln oh da ist ein WZ 120 wieder ein Schnitt wir unterstützen mal den Standard B in der Stadt geht es ab oder Dorf, ob es das sein soll einer ist abgesoffen wieso 130 km, Alter, wie behindert echt? hab reingefallen naja, full life nice schön die Wrackpanzer oh 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 da würde ich jetzt vielleicht nicht um die Ecke pieken, ehrlich gesagt äh, Stau boah, dein, boah, dein Beckum ok, gerade für so'n Panzer von vorne Primo-Money-Laden da freut er sich drüber wir werden jetzt auch noch von hinten beschossen wie vom Willen perfekt von dem C-52 Lease der jetzt gerade abgeschmiert ist nice ich sehe nix, wegen den keine Chance, die werden nicht draufgehen wir müssen warten, bis die kommen mhm Standard BWD gleich draufgehen ich kann nur noch einen Schuss kassieren ich glaube, ich stelle mich mal lieber um willst du auch mal einen Platz? ne ne, ich fahr in die Mini-Stadt hier rüber oh, der will's wissen, ey der geht gleich drauf, guck, was er macht ja, Standard B, ne ich komm von, von der Seite jetzt bin gespottet von dem von dem Arm X da oben siehst du das an den Ausrufzeichen? der Lampe was machen, die haben die Schiss, Alter dass du gleich gedauern schau doch und ich hab ganze zwei jawohl, ich hab den getroffen 508 nenn, du schießen, ja boah, ist der draufgegangen Panzer A9, sind sie noch bei mir? ne, ich versuch jetzt von außen aber die Runde hab ich bisher gar nichts gewissen, das sieht echt nicht gut aus oh, oh, ich muss wieder so kombatten ja, camp einfach ne, ich hab nicht getroffen, Alter lieber campen, als draufgehen na, ich camp auch die campen ja auch ja, komm kurz gucken ballern, tschüss wir sind hier wohl schon noch drei, ist der Arm X einmal oben auf dem Berg und die anderen zwei von der Seite das heißt, ich werde es versuchen die von der Seite zu kriegen jawohl dein ist abgehauen nein, ich getroffen, Alter ich komm bei dem jetzt von hinten ja, der WZ hat sich auch abgesoffen Panzerung nicht durchschlagen Junge, wie mich das ich muss noch acht Sekunden warten der ist platt, der ist platt jo, wir haben gewonnen ich bin aber super traurig mit 427, das war lächerlich ich hab 840 insgesamt, ne, glaub ich